Deutschland! 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 Klar, das ist Thomas Müller. Aber nicht nur. Denn Thomas Müller ist der Name des statistischen Durchschnittsdeutschen. Und den suche ich, um herauszufinden, was deutsch ist. Er arbeitet 41,9 Stunden in der Woche, misstraut Politikern, trinkt zwei Gläser Bier am Tag und gilt allgemein als späßig. Eine Gesellschaft kann im Grunde genommen nur beständig und stabil existieren, wenn sie einen breiten Durchschnitt hat. Bist du ein durchschnittlicher Deutscher? Innerlich ja. Aussehen nicht. Der Deutsche ist auf jeden Fall ein Genussmensch, aber halt schon ein sehr stressbetonter. Er kommt selten, Samu. In unserer Generation heißt Deutsch sein vor allem nicht, Deutsch sein zu wollen. Ich denke, ich habe hier wunderbare Aussichten auf ein schönes Leben. Am Ende gefällt mir an Deutschland, dass Deutschland lecher geworden ist, bunt geworden ist. Es ist im Augenblick ein bisschen grauer alles. Ich passte eigentlich ganz gut rein. Müller, ich meine, wenn man schon Müller heißt, dann ist der Thomas auch schon wurscht. Ich bin gleich rein. Vielen Dank.